Steinlach bei ungefähr 1,30 Meter, schätzungsweise 25 Kubikmeter, zusammen mit Urs Schäffler. Heute ist der 20., 21., der 21. Mai 2019 und es ist ziemlich viel Wasser und wir hoffen, viel Spaß zu haben und nett zu kribieren. So, wir haben uns die zentralen Stellen angeguckt. Fettes während des Steinlach. Check this bitch out. So, wir fahren längs, ok, bei rechts ist ein ganz schönes Loch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020